Andrea Dusleak Querflüte Seit zwei Wochen, also seit September 2017 Würden mir schon welche einfallen? Ja, sehr gerne Diese Frage zum Beispiel? Nein Ich bin zwar erst sehr kurz in diesem Chester tätig, aber ich finde, was mir sofort zu Beginn aufgefallen ist, ist die extrem positive Stimmung. Also die spürt man sofort, finde ich, wenn man hier spielt und die Leute nehmen einen unglaublich nett und freundlich auf.